Ja, ich will hier nichts falsches sagen, aber die haben mich schon so ein bisschen gestört. Ich will die jetzt nicht verfluchen hier, aber ich hätte es fast getan. Diese ganzen Merger und Splitter sind so unpraktisch gewesen. Jetzt können wir die endlich stacken. Das hat mich so mega gefreut. Ich hätte fast einen Freudentanz aufgeführt, nur deswegen. Und jetzt können wir solche Sachen bauen wie das hier. Das ist einfach ultra praktisch. Hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory. Liebe Freunde der Automation, wir befinden uns hier auf dem Eisenstockwerk. Hier wird wirklich nur Eisen verarbeitet. Da drüben habe ich die Produktion für Eisenplatten aufgebaut. Das hier ist die Produktion für Eisenrods, also diese Eisenstangen. Und da drüben haben wir die Produktion für, lasst mich überlegen, ich glaube Wires. Die gibt es ja auch inzwischen schon aus Eisen. Wir können ja diese Alternate Iron Wires herstellen. Also ich habe hier einige neue Rezepte verwendet. Für Platten und Rods gibt es keine neuen, das heißt die sind ganz normal. Aber hier habe ich zum Beispiel jetzt für die Wires das Alternate Rezept genommen. Das ist auch viel besser. Da haben wir weniger Ressourcenverbrauch und können schneller hier solche Wires herstellen. Ich habe hier nur relativ wenige davon hingestellt. Das sind nämlich nur acht Stück. Und diese acht Stück, die haben natürlich schon ordentlich Dampf. Also ich denke, ich zeige euch heute einfach mal so ein bisschen, was ich schon vorbereitet habe. Wie gesagt, ich habe hier dieses Eisenstockwerk zu Ende gebaut, fast schon. Und auch ein paar weitere Sachen hier noch gebaut, was wir alles schon kennen. Was wir aber in dieser neuen MK2 Fabrik natürlich auch brauchen. Und in Massen. Das heißt, ich habe hier riesige Produktionsanlagen aufgebaut. Die sind alle startklar. Ich habe gedacht, wir warten dann. Ich warte auf euch und wir nehmen jetzt alle gemeinsam in Betrieb. Das ist immer super witzig, wenn es dann endlich losgeht. Und dann haben wir auch schon die wichtigsten Basic Ressourcen zum Bauen. Alle hier in der Fabrik. Dann muss ich nicht mehr zur alten Base zurücklaufen, um die zu holen. Vor allem, weil wir auch bei manchen Sachen schon so ein bisschen Engpässe haben, weil ich einfach ziemlich viel baue. Zum Beispiel bei diesen Industrial Beans. Die sind eigentlich das größte Problem gewesen die ganze Zeit. Okay, also das hier ist jetzt eigentlich alles soweit startklar. Wir haben hier acht Geräte stehen, die alle diese Wires herstellen. Und die stellen jeweils fast 70 Stück her. Also ein riesen Haufen Kabel. Das können unsere normalen Belts hier eigentlich nicht mehr stemmen. Ich habe das eben aufgeteilt. Vier Stück stehen da, vier Stück stehen hier. Das wird alles in diesen Merger hier reingeführt. Und der Merger hat natürlich auch nur ein Tier 4er Belt, weil wir die Tier 5er noch nicht haben, beziehungsweise noch nicht herstellen können, weil wir einfach die Ressourcen noch nicht haben. Da fehlen noch die Motoren für. Und so lange haben wir hier halt den Engpass. Weil wir haben jetzt wie gesagt 8 mal 7. Das heißt, das sind dann 56, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also 560 solche Wires, die hier durchfließen. Und unsere Belts bringen halt keine 560, sondern die bringen nur 480. Das heißt, wir brauchen hier dann schon das nächste Tier. Das ist jetzt im Moment alles nicht so wichtig. Das muss noch nicht perfekt laufen. Hauptsache ich weiß, dass ich das alles noch upgraden muss früher oder später. Und das hier ist dann eben die Produktion für die Rotz. Da bauen wir, da habe ich jetzt glaube ich auch 8 Stück gebaut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist gar nicht mal so viel. Das sind dann 8 mal 15. Also eigentlich überhaupt keinen Stress. Und hier haben wir die den Container für die Plates. Da stellt man auch nur 15 pro Stück her. Und das sind glaube ich auch wieder 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß es wirklich nicht mehr auswendig, weil ich jetzt so viel gebaut habe. Ich verliere langsam so ein bisschen den Überblick. Ich muss mich hier so ein bisschen in der neuen Fabrik einleben. Wir haben halt schon ziemlich viele Stockwerke inzwischen. Es geht immer höher. Ich versuche vorausschauend zu bauen. Das heißt, ich lasse überall Platz, damit wir da notfalls upgraden können. Ich habe ein wirklich starkes Gefühl, dass wir die Plattenproduktion noch upgraden müssen. Da müssen wir mal gucken, wie lange das hält. Aber für den Moment steht sie auf jeden Fall mal. Hier kommen die Barren hoch, die Eisenbarren. Die Iron Ingots. Die kommen aus dem Stockwerk da unten. Also ich glaube aus dem, genau direkt aus dem Erdgeschoss. Da haben wir die hier hergestellt. Und da brauchen wir jetzt schon einen Riesenhaufen. Das ist eigentlich das interessanteste hier, weil das ist glaube ich auch die größte Nummer, wie viel Iron Ingots wir brauchen. Wir brauchen nämlich hier 30 Stück pro Minute. Hier brauchen wir glaube ich auch 30 Stück pro Minute. Ne, hier brauchen wir nur 15. Das heißt, 8 mal 30 plus 8 mal 15. Das wird jetzt langsam kompliziert. Das sind dann schon 360. Ich muss jetzt mal meinen Taschenrechner zur Hilfe holen. Und das ist schon ziemlich wichtig, das zu wissen, wenn man die Anlagen so groß baut. Da muss man da wirklich so ein bisschen kalkulieren. Und hier sind es nochmal 8 mal 15. Das heißt, wir sind dann bei genau 480. Das heißt, das ist genau die Kapazität, die unser Förderband hat. Von dem her sollten die Anlagen theoretisch perfekt laufen. Von der Eisenbarrenzufuhr her zumindest. Das ist mal das Erste. Ansonsten haben wir halt diesen kleinen Engpass da hinten bei den Wires. Oh, das ist keine super tragische Sache. Wir schmeißen das jetzt mal an und gucken dann, was passiert. Das wird einen riesen Radau geben. Wir können auch mal auf den Strom gucken, weil das sind jetzt wirklich viele Geräte. Wir brauchen so 500 Megawatt knapp aktuell. Oh, das ist auch weniger sogar. Also unter 500 brauchen wir auf jeden Fall. Der Zug macht da immer so ein bisschen Beschleunigen und so. Kostet wieder viel Strom. Ich verbinde das jetzt. Ähm, geht nicht. Verbinden wir darüber, oder? Ja, verbinden wir einfach dahin. Und dann läuft das Ganze jetzt an. Das läuft natürlich volles Rohr. Das wird jetzt alles vollgepumpt hier. Die... Haben wir noch Eisenbarren? Ähm, nee. Wir haben nur noch Plates. Wir haben keine Barren mehr. Das heißt, wir können hier nichts unterstützen. Die habe ich schon alle aufgeräumt. Und da hinten staut sich's. Ich glaube, das ist schon voll. Da habe ich dann schon Eisenbarren reingetan. Ja. Also hier geht's jetzt richtig los, bis da hinten in der Ecke irgendwie Eisenbarren hinkommen. Da kommt jetzt einer. Das wird einen ganzen Moment dauern. Aber im Prinzip reicht die Versorgung aus. Also das sollte nicht ewig dauern, bis hier alle Anlagen laufen. Gucken, wie viel wir jetzt schon brauchen. Wahrscheinlich nicht merklich mehr. Knapp über 500. Geht wahrscheinlich dann so hoch auf 600, wenn der Zug beschleunigt. Und das ist dann erst mal so... Das sind so die wichtigsten Eisenteile. Wir brauchen natürlich noch Schrauben. Für Schrauben habe ich natürlich auch schon vorgesorgt, wenn ich mich nicht täusche. Das ist noch nicht fertig. Das habe ich schon mal angefangen zu bauen. Das hier sollen dann später die Schrauben... Das soll die Schraubenproduktion werden. Das weiß ich nicht, ob wir das heute noch machen. Mal gucken. Es gibt so viel zu tun. Ich würde auch gerne mal diese Hazmat Suit jetzt endlich fertig bauen. Das ist auch super wichtig. Und dafür müssen wir uns an die Aluminium-Geschichte wenden hier. Das brauchen wir dann. Und das hier sind jetzt aber die Schrauben. Da habe ich diesen Alternate Screw Bauplan verwendet. Das heißt, wir brauchen zwei Iron-Ingage-Ständer daraus. Zwölf Schrauben her. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das sind nämlich 90 pro Minute. Und das ist auch wieder ein Engpass hier. Das sind glaube ich auch acht Stück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah! Das heißt, das sind 72, 720 Schrauben, die da durchgehen. Das heißt, wir sind ganz nah am Limit des MK5-Belts mit 780. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall MK5-Belts. Die Hälfte hier hinten muss mit MK5-Belts gemacht werden. So ab hier ungefähr, nach Gefühl, damit hier die Sachen auch alle im Speicher landen. Schrauben sind einfach das größte Problem eigentlich beim Transport, wenn man da unten so gewaltige Mengen von braucht. Aber das sollte dann glaube ich unseren Schraubenbedarf decken. Wir brauchen relativ wenige Schrauben, weil wir viele neue Blueprints haben, die ohne Schrauben auskommen. Das ist eigentlich schon mal das Beste, was ein Blueprint machen kann, weil Schrauben sind wie gesagt echt ein Problem. Okay, also das ist das Eisenstockwerk. Das werden wir noch ausbauen. Das da hinten muss ich noch fertig bauen. Wie gesagt, Da fehlen uns noch Eisenbarren. Ich traue mich nicht mehr Eisenbarren aus dem anderen Speicher da unten zu ziehen. Ich glaube, viel mehr gibt er nicht her. Und das hier ist auch schon wieder eine ziemlich große Produktion und da werde ich noch mehr hinbauen auf der Seite. Das heißt, da ziehe ich jetzt mal nicht mehr raus, sondern ich baue eine neue Eisenbarrenproduktion. Also ihr seht schon, ich dachte letzte Episode, es wird ein Weichen reichen, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Bei vielen Sachen, zum Beispiel eben bei dieser Eisenbarrenproduktion wird es nicht reichen. Deshalb habe ich mich schon mal dran gemacht, die nächste Eisenbarrenproduktion hier anzusetzen. Das ist diese. Das müssten 8 Foundries sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fragt ihr euch wahrscheinlich, Foundries, what? Da kann man doch keine Eisenbarren herstellen. Ja doch, das kann man schon, wenn man die Blueprints hat. Wir haben nämlich noch diesen Alternate Iron Ingot Alloy Blueprint. Da brauchen wir ein Iron Ohr und ein Copper Ohr und können dann drei solche Iron Ingots daraus herstellen. 45 pro Minute, also super viel, super gut. Und wir brauchen noch nicht mal so richtig viele Ressourcen dafür. Das ist eigentlich alles super easy. Das einzige Problem, was wir hier dann haben, sind natürlich wieder die 45 pro Minute, die wir abführen müssen. Aber bei 8 mal 45 sind es auf jeden Fall unter 400. Da muss man gar nicht viel rechnen und das ist dann gar kein Problem. Also die nächste Eisenbarrenproduktion haben wir hier aufgebaut. Genau. Die würden dann alle, ich glaube hier drüben rausgehen. Und da muss ich mir dann noch überlegen. Genau, die habe ich noch nicht verbunden. Die gehen dann alle da vorne raus. Das ist noch so ein bisschen strahlig. Wir können es trotzdem mal anwerfen einfach. Dann ist das schon bereit. Aber da muss ich mir dann noch überlegen, wie ich das mit dem Speicher mache, weil der Speicher steht ja eigentlich da unten. Und wir sollten das theoretisch schon alles in einem Speicher zusammenführen oder das versuchen. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein bei Eisen, weil wir da solche Mengen von brauchen, dass das nicht aufgehen wird. Also vielleicht baue ich dann hier oben einfach noch einen zusätzlichen Eisenbarrenspeicher auf. So, wo haben wir denn hier Strom? Langsam wird es unübersichtlich. Okay, nehmen wir mal den Strom von da drüben rüber und bauen hier einfach auf dieser Seite vielleicht auch so einen Pole. Brauchen wir den überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin jetzt dazu übergegangen, die MK3-Poles zu verwenden. Einfach weil wir die haben. Nicht weil wir die unbedingt überall brauchen. Aber es ist natürlich schon cool, wenn man hier zehn solche Verbindungen hat. Die reichen dann normalerweise auch ein ganzes Weichen. Ah ja, genau. Hier haben wir das Problem, dass hier dieser Zufuhrbelt mit dem Eisenerz so ein bisschen Umwege macht und deswegen die Stromverbindung etwas erschwert. Aber jetzt läuft es. Die ganzen Foundries laufen an. Wir haben jetzt einen Stromverbrauch von 700 Megawatt. Also wird langsam mehr. Aber ist immer noch super easy. Und die können jetzt alle mal so ein bisschen anfangen zu arbeiten, so ein bisschen vorspeichern und so. Das ist schon mal cool. Die legen hier natürlich auch los. Das ist die Kupferbarrenproduktion. Das sind glaube ich... Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. In zehn solche Schmelzen für Kupferbarren. Ganz normales Rezept. Einfach Kupferbarren herstellen, damit wir die auch haben. Für so ein paar Sachen brauchen wir auch Kupferbarren, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt so viel brauchen. Kupferbarren brauchen wir eigentlich relativ wenige. Es gibt ein paar neue Rezepte, für die wir die brauchen. Was auch echt praktisch ist, über X kommt ihr hier in dieses Menü rein. Könnt bei Rezepten nachgucken und euch da raussuchen, wonach ihr sucht. Zum Beispiel diese Aluminium-Sheets. Die kosten nämlich auch Kupfer. Das ist ganz interessant. Wir brauchen also Kupferbarren. Und deswegen habe ich eigentlich diese Produktion hier endlich mal aufgebaut, damit wir die haben und mit dem ganzen Aluminium-Zeugs loslegen können. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das mit dem Kupfer ist. Die Versorgung, die wir hier stehen haben, die ist definitiv nicht ausreichend. Ich glaube, das sind nur ein oder zwei Kupferminen, die da angeschlossen sind. Da muss ich also gucken, dass wir das noch hinkriegen, weil das sieht nicht gut aus. Das geht deutlich zu schnell abwärts. Zum Glück haben wir die großen Zwischenspeicher. Da ist es dann nicht ganz so stressig und tragisch, wenn das mal irgendwie einen Moment dauert. Ja, hier drüben steht die Produktion für die Beams. Die haben wir ja schon zum großen Teil, habe ich die letzte Episode schon aufgebaut. Ich habe die schon mal anlaufen lassen. Ich habe so ein bisschen gecheatet, weil ich unbedingt viele davon gebraucht habe. Ich glaube, ich habe schon wieder 1000 oder so von den Beams verbrannt. Also da konnte ich einfach nicht warten, aber wir können es jetzt wieder anschließen. Einfach mal laufen lassen. Die werden wahrscheinlich durchlaufen. Ich brauche so viele Förderbänder und so viele Beams, dass wir das Ding hier eigentlich echt laufen lassen können. Wir haben jetzt hier zwei, drei, vier, fünf solche Assembler stehen. In der alten Basis hatten wir einen, den wir teilweise übertaktet haben. Also der ist aktuell auf 250 Prozent übertaktet. Das heißt, wir haben im Prinzip zweieinhalb in der alten Base stehen. Hier stehen jetzt fünf. Also ja, sind ein bisschen mehr. Ich denke aber, dass wir die wirklich brauchen. Also wir brauchen zumindestens... Ich will ja nicht übertakten. Ich will ja die Module aufheben für die Minen. Ich werde dann die Minen übertakten, weil das bringt uns dann mehr Ressourcen. Dann haben wir mehr Möglichkeiten. Das ist viel besser, als die Geräte zu übertakten. Und dementsprechend möchte ich, dass das alles ohne übertakten reicht und funktioniert. So ist der Plan. Und ich denke, die fünf werden dann reichen. Das ist doppelt so viel, wie wir vorher hatten. Das heißt, wir können sehr viele Förderbänder bauen und sollten da nie irgendwelche Engpässe haben. Hoffe ich mal. Beams waren immer ziemlich tragisch bei mir. Okay. Was habe ich sonst noch neu gemacht? Das hier in der Ecke ist die Produktion... Genau. Das ist die Alloy. Ne. Das ist die Aluminium-Ingot-Produktion hier. Und in der Ecke könnten wir jetzt theoretisch auch diese Sheets herstellen. Aber wir haben hier schon wieder relativ wenig Platz. Das heißt, ich denke, wir gehen dann wieder in ein anderes Stockwerk. Die Sheets... Ich will noch kurz das Rezept angucken. Die waren ja hier unten. Da brauchen wir dann die Kupfer-Ingots noch für. Genau. Da brauchen wir die Aluminium-Ingots, die Kupfer-Ingots und dann können wir daraus diese Sheets herstellen. Und aus den Sheets stellen wir dann diese Heatsings her. Und dafür brauchen wir dann Rubber. Das heißt, ich habe natürlich auch mal dafür gesorgt, dass wir eine ordentliche Rubber-Produktion haben. Da müssen wir jetzt erst mal auf unsere Bohrplattform uns das alles angucken. Und ich habe das auch schon hierher geführt. Also ich war wirklich, wirklich lange unterwegs und habe hier alles vorbereitet. Irgendwie sind die Fahrzeuge aktuell wieder so ein bisschen buggy. Die ziehen mir immer die... Achso, nee. Das war nur die Handbremse. Aber irgendwie geht manchmal der Sprit verloren. Das hatten wir ja schon mal. Okay. Ja, da oben auf den beiden Förderbändern haben wir einmal das Rubber und auch das Plastik. Das hier ist die Plastik-Produktionslinie. Die haben wir ja schon vor ewigen Zeiten gebaut. Also das hier über mir. Die habe ich jetzt einfach nur umgeleitet. Das heißt, es geht nicht mehr in die alte Base, sondern in die neue Base. Das heißt, wir haben das hier zur Verfügung. Und das da drunter ist die Rubber-Verbindung. Da habe ich jetzt abgegradet. Wir haben bisher, glaube ich, kein Gummi gebraucht. Ich habe hier mal so eine Straße gebaut, dass man da besser fahren kann. Überall Upgrades. Und dann fahren wir jetzt, glaube ich, mal hier rum. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt mit dem Buggy machen sollten. Wir sollten eigentlich zu Fuß gehen. Egal. Wir nehmen jetzt mal den Buggy für die ersten paar Meter und fahren da rüber. Lassen den dann hier einfach stehen. Zum Beispiel hier. Ah ja, da habe ich so ein Zwischenlager hingestellt. So ein Fahrzeug. Das sieht in das Inventar aus. Ziemlich voll wahrscheinlich. Ja. Egal. Passt. Nehmen wir mal so ein bisschen Sprit vielleicht noch mit. Der geht auch immer aus mit meinem Jetpack. So. Dann machen wir uns auf die Socken. Wir hatten ja, ich glaube, eine Refinery hier stehen, die für uns Gummi hergestellt hat. Da drin steht der Gummispeicher. Hier war der Eingang. Und irgendwann habe ich das ausgestellt, weil wir Gummi eigentlich nie gebraucht haben. Außer vielleicht für ein paar Filter oder so. Oh, was haben wir denn hier? Das nehmen wir mit. Hier liegen wahrscheinlich so ein paar Boxen, weil ich alles abgebaut habe und das Inventar immer wieder voll ist. Ah ja, hier liegt auch eine Box. Die werden hier dann hertransportiert und dann muss man die nur einsammeln. Okay, da sind sogar Beams dabei. Super gut. Da oben kommt... Ach so, das ist die alte Linie mit den Quarz. Und wir gehen jetzt da rüber auf unsere Ölplattform. Die ist da oben. Und da haben wir die Rubberproduktion installiert. Die habe ich auch noch nicht hochgefahren. Aber ich glaube, das sollte jetzt alles soweit startklar sein. Ich hoffe es. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das hat auch ewig gedauert. Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ich musste ja die gesamte... die gesamten Förderbänder legen bis zu unserer neuen Base. Das ist halt doch ein Stück. Wow, nee, falsche Richtung. Das ist ein bisschen schwierig hier. Wir müssen auf der Kante laufen. So. Ich muss hier unbedingt mal irgendwie so eine Fußgängerbrücke bauen auf irgendeine Art und Weise. Da vorne habe ich dann so Beschleunigungsstreifen. Da geht es schon wieder besser. Das war jetzt immer schwierig an der Stelle mit dem Höhenunterschied einfach. So. Da sind wir auch schon. Kurz tanken und los geht's. Bam! Also hier unter uns das leere Förderband ist dann das Gummiförderband. So der Plan. Kurz dazwischenstopp und weiter. Da müssen wir gleich auf der Plattform sein. Da stehen so ein paar neue Refinery. Die kennt ihr noch nicht. Das sind sechs Stück, glaube ich. Genau, das müssten sechs Stück sein. Und das sind alles Gummi-Refineries. Die sollen Gummi herstellen. Rubber. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert, indem wir einfach die Stromverbindungen herstellen. So. Bam! Läuft es? Jetzt laufen die. Super gut. Die sind auch noch verbunden. Sieht eigentlich alles perfekt aus. Okay. Schauen wir mal, was die Zufuhr an Sprit hier, an Öl macht. Die sieht auch gut aus. Die läuft auf volles Rohr. Ja. Das ist auch so eine Geschichte. Also wir haben hier jetzt, glaube ich, zehn plus sechs. Oder wie viele? Ja, es waren sechs, ne? Sechs Refineries. Hier drüben stehen, es sind dann insgesamt 16. Und die ziehen alle ziemlich viel Öl. Die brauchen 30. Und die hier brauchen auch 30. Das heißt, wir sind bei 300. 450. 480 müssten das ungefähr sein. Ja, es müsste eigentlich 480 sein. Also genau das, was die, das Förderband schafft. Wir haben also keinen Engpass. Aber das Förderband ist am Limit. Wir müssen also früher oder später das Förderband von unserer Ölquelle upgraden, damit wir hier die Plattform weiter betreiben können. Im Moment geht da nicht mehr viel. Ich denke, wir müssen da fast ein zweites Förderband bauen. Oder eine Truckstation. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hier oben eine Truckstation. Das wäre mega cool. Müsste ja theoretisch funktionieren, ne? Es ist halt immer die Sache mit dem Umdrehen. Die Trucks brauchen echt viel Platz zum Umdrehen. Sonst fallen die hier runter. Das wäre nicht so günstig. Aber wir müssen auf irgendeine Art noch mehr Öl auf diese Plattform bringen. Und Trucks wären wir fast lieber, weil noch ein Förderband liegen. Von da hinten. Das Öl ist schon richtig weit weg. Ihr seht das Förderband da laufen. Das war ein ziemlicher Act. Ist dahinter. Damals gab es noch keine Eisenbahn. Mal gucken. Aber die Eisenbahn lege ich hier, glaube ich, nicht hoch. Wir schauen. Okay. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir gehen jetzt einfach mal mit dem Förderband nach Hause. Schauen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und dann können wir heute vielleicht noch die Sheets einrichten und in Richtung Hands-Math-Suit starten. Das wäre doch super cool. Also ich habe auf jeden Fall schon wieder mega viel geschafft. Ich bin super stolz. Wir haben jetzt langsam die MK2-Fabrik so weit, dass da die wichtigsten Sachen produziert werden. Und richtig viel davon. So, da sind wir wieder. Zurück in unserer MK2-Fabrik. Und ich stehe hier neben der Aluminium-Fabrik. Ich denke, wir lassen hier den Platz frei links. Dann können wir hier noch anbauen, falls wir das müssen. Ich denke, wir brauchen später mehr Aluminium. Müssen wir mal gucken, wie viel wir davon wirklich brauchen. Die stellen hier nämlich nur 30 pro Minute her. Das ist jetzt nicht so viel. Und wir haben nur 5 Stück oder so. Ja, da werden wir wahrscheinlich upgraden müssen. Mal gucken. Okay. Wir bauen jetzt auf jeden Fall mal die ersten Assembler. Ich glaube, die brauchen wir, um hier diese Sheets herzustellen. Aluminium-Sheets. Und... Wo stellen wir die denn hin? Wir müssen ein bisschen Platz lassen hier links, dass wir da... Obwohl, müssen wir das? Müssen wir eigentlich nicht, ne? Nö, müssen wir nicht. Wir können das komplett dran setzen, wenn wir wollen. Ich denke, wir müssen hier links, nirgends wo mehr ran. Das ist alles versorgt und wird rein und abgeführt. Das sollte alles passen. Dann können wir das eigentlich auch so machen, direkt. Und dann gucken wir einfach, wie viel Platz wir dahinter noch haben. Logistics, Merger. Das muss alles wieder genau passen. Perfekt abgestimmt sein und so. Ich denke, wir können jetzt noch eins weiter hinten platzieren. Mal gucken. Production. Assembler. Das ist alles... Hier, wir müssen wirklich mit dem Platzmanagement wirklich herausholen, was geht. Auch wenn wir sehr viel Platz haben. Früher oder später wird das immer eng. Setz mal so einen Merger davor. Ungefähr. Ähm. Wo geht's denn raus? So. Das muss also passen jetzt so. Mal gucken. Sieht gut aus. Verbindung steht. Und den kann man wieder rausnehmen. Das ist auch nur so ein Testteil. Das kann man ein Stück weiter nach hinten setzen. Assembler Nummer zwei. Hm. Wie viele brauchen wir dann? Mal gucken, wie viel... Wie viel Aluminium die brauchen, ne? Das ist die große Frage. Ähm. Ist hier nix. So. Die... Das müsste passen. Dann können wir hier die Verbindung herstellen. Entweder direkt oder besonders schön. Eins. Zwei. Und... Okay, schön geht nicht wegen Clearance. Das ist halt immer die Sache. In dem Moment, wo man versucht, schön zu bauen, wird's richtig umständlich. Und meistens geht es auch nicht so richtig gut. Deswegen mache ich das oft so, dass ich da den rechten Winkel einfach sein lasse. Der interessiert mich nicht. Sondern wir machen das direkt. Das spart immer Platz. Gut. Und... Jetzt können wir hier mal das Rezept einstellen. Wir wollen Aluminium-Sheets als erstes. Dafür brauchen wir drei Ingits und zwei Copper-Ingits. 15 pro Minute. Das heißt, wir könnten theoretisch 10 Stück aufstellen. Wollen wir das? Nein. 10 ist zu viel. Aber wir könnten ja schon mal 5 aufstellen, ne? 5? 6? Oh, wie viel brauchen wir denn später? Wir brauchen die Aluminium-Sheets für die Heatsings. Da braucht man 20 pro Minute. Wir brauchen die auch für unseren... Ne, das wollte ich nicht. Wir brauchen die auch... Wir brauchen die für alles Mögliche, glaube ich, ne? Heatsings. Ich weiß nicht, warum die Heatsings Rubber brauchen. Also Heatsings sollten eigentlich aus Kupfer und Aluminium sein. Nicht aus Gummi. Aber, okay. Die... Keine Ahnung. Das sind irgendwie komische Kühler. Wir brauchen da auf jeden Fall ziemlich viel Gummi für. Mal gucken, ob wir da irgendwann andere Rezepte finden. Vielleicht. Hm. Dafür brauchen wir Aluminium. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, wofür wir das brauchen. Ist jetzt schwer abzuschätzen, wie viel wir davon wirklich brauchen. Lieber zu viel als zu wenig bauen, ne? Dafür brauchen wir... Für die Batterien brauchen wir diese Sheets. Für den Turbomotor brauchen wir die Kühler. Radio Control Unit braucht Kühler. Okay. Ich weiß nicht. Wollen wir acht hinstellen? Dann haben wir noch ein paar Ingles übrig. Und die acht Stück, das ist schon wieder so viel. Ein Assembler, zwei Assembler. Jetzt brauchen wir noch sechs Assembler, wenn wir das wirklich machen wollen. Aber ich denke, dann sollten wir auf jeden Fall genug Sheets haben. So die Hoffnung. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Okidoki. Wir sind auf dem Weg zu den Sheets. Die will ich heute auf jeden Fall schaffen. Ich denke, wenn wir die haben, können wir uns nämlich dann die Hazmat-Suits herstellen. Das ist das Einzige, was uns da noch fehlen dürfte. Okidoki. Ich werde hier mal die ganzen Merger hinstellen. Das alles verbinden. Das ist jetzt wieder eine Fleißaufgabe. Dass das alles richtig steht und so. Und dann können wir die Dinger wieder anschmeißen. Und hoffentlich diese Hazmat-Suits herstellen. Das ist das Ding, worauf ich schon seit, keine Ahnung wie vielen Episoden warte. Dass wir uns endlich vor Radioaktivität schützen können. In der ich irgendwann leichtsinnigerweise einfach mal angefangen habe rumzuspielen. Was überhaupt keine gute Idee war. Ok. Dann noch die Verbindung hier. Stromverbindung. Und dann können wir eigentlich langsam starten. So, die Dinger stehen. Speicher steht. Jetzt müssen wir natürlich noch die Ressourcen da reinführen. Ganz wichtig. Die ganzen Komponenten. Da brauchen wir wieder Splitter. Und das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so recht hier erwähnt und so. Das ist nämlich echt super cool und mega wichtig. Ich denke, das ist das, das Tollste an dem neuen, an dem neuen Update, ganz ehrlich. Fast. Und zwar können wir jetzt diese, ja, ich will hier nichts Falsches sagen, aber die haben mich schon so ein bisschen gestört. Ich will die jetzt nicht verfluchen hier. Aber ich hätte es fast getan. Diese ganzen Merger und Splitter, die sind so unpraktisch gewesen. Und jetzt können wir die endlich stacken. Das hat mich so mega gefreut. Ich hätte fast einen Freudentanz aufgeführt. Nur deswegen. Und jetzt können wir solche Sachen bauen wie das hier. Das ist einfach ultra praktisch. Was ich da vorher für Probleme hatte, solche Geräte zu versorgen, das war, ja, nahezu unvorstellbar. Und jetzt geht das so super easy. Da bin ich echt mega glücklich drüber. Okay. Stellen wir mal hier irgendwie... Wir müssen die Container noch so ein bisschen frei halten. Da müssen wir später noch rankommen. Das ist immer so eine Geschichte. Ähm, wenn wir das so machen, dann müsste das funktionieren, oder? So. Ach so. Ich habe den Eingang da hinten gelegt. Auch gut. Von mir aus können wir auch da reingehen. Also hier kommen diese Kupferingots. Die müssen jetzt irgendwie da rüber, ohne dass wir uns alles komplett verbauen. Vielleicht lasse ich die einfach auf Bodenhöhe liegen. Das ist auch nicht komplett verkehrt. Können wir das vielleicht so. Ähm. Dann schauen wir mal, dass das ungefähr hübsch wird. Ich glaube... Können wir das so versuchen? Ich glaube, so müsste das passen. Wie? Schauen wir mal, ob es passt. Das muss natürlich gerade sein. So. Bäm. Bäm. Boah, 90 Grad Winkel. Wie ein Profi. Okay, dann haben wir hier die ersten Ingets. Jetzt wollen wir natürlich noch die Aluminium Ingets, damit wir diese Sheets herstellen können. Ich muss die alle noch einstellen, die Geräte. Aber jetzt muss ich erstmal die ganzen... Ja, ich muss das hier überall einstellen. Wir brauchen überall diese Splitter. Ich stelle die immer so in die Mitte zwischen den beiden Eingängen. Und dann platziere ich die da aufeinander hin. Und zwar so. Oh. Den oberen habe ich falsch platziert. Wir kommen ja mit dem Aluminium Zeug von rechts. Das wird langsam alles so ein bisschen kompliziert. Das heißt, wir brauchen den Eingang rechts. Und hier. Unten Eingang links. Oben Eingang rechts. Okay, die platzieren sogar automatisch richtig gerade. Das ist super. Das machen die leider nicht, wenn man sie aufeinander platziert. Dann platzieren die immer gleich. Und zwar immer so, wie sie wollen. Und man muss dann jedes Mal wieder neu einstellen. Damit die richtig platzieren. Aber hier ist das irgendwie zufälligerweise gerade genau richtig. Okay. Das kommt von links. Das kommt dann nicht von rechts, sondern wahrscheinlich von vorne. So. Und dann können wir hier die Aluminium Ingels abzweigen und da direkt reinführen. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich. Was ist gerade? Müsste passen. So. Da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie extra hoch gehen oder so. Wir wollen da oben rein. Gut. Sieht doch ganz schick aus. Wird halt langsam ein Durcheinander. Das lässt sich einfach nicht so wirklich vermeiden. Okay. Aluminium Ingels sind auch da. Die sind jetzt oben drin. Die können wir dann... Also wir müssen das jetzt so machen. Von links nach rechts und von rechts nach links. Okay. Läuft. Passt. Ich mache das mal fertig und... Dann melde ich mich, wenn die Produktion hier steht und wir sie starten können. Und da geht's los. Ich habe einfach mal die Stromverbindung hergestellt. Hier laufen die Kupferingels rein. Die Aluminium Ingels kommen von der anderen Seite. Und die Geräte brauchen ziemlich wenige Ressourcen. Das heißt, die laufen jetzt alle von Anfang an. Super gut. Jetzt haben wir sechs neue Assembler hier stehen. Mal gucken, wie viel Energie die brauchen. Wir sind jetzt wieder bei über ein Gigawatt, was wir brauchen. Die sind so cool, diese Poles. Wir haben hier sieben Anschlüsse. Alles angeschlossen. Perfekt. Drei sind immer noch übrig. Die MK3 Strommasten. Mega cool. Jetzt sollten wir eigentlich schon die ersten Sheets haben, ne? Wir haben hier wieder relativ freizügig gebaut. Möglichst viel. Dementsprechend schnell läuft auch die Produktion. Super gut. Aber ihr seht schon, da kommt nicht wirklich viel raus. Also da brauchen wir schon die sechs Stück, die wir haben, denke ich. Wir haben schon 80 Stück. Vielleicht ist es doch ein bisschen Overkill gewesen. Mal gucken. Und ich glaube, das ist alles, was uns noch gefehlt hat, damit wir uns diese Hasmat Suit herstellen können. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell rüber und gucken, ob wir die uns herstellen können. Das wäre jetzt einfach das Wichtigste. Also, es gibt so viele mega coole Sachen in dem Update. Ich bin echt super hyped. Das macht mega viel Spaß. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören, alles Neues auszuprobieren hier. Und mit der Hasmat Suit sollten wir jetzt endlich dann auch unser Uran-Problem im Griff haben. Bis es dann wirklich losgeht mit Kernenergie, wird es noch einen ganzen Moment dauern. Das ist nämlich super komplex. Da müssen wir erstmal die gesamte Produktion aufbauen. Und da wir ja so ein bisschen zurückgeworfen sind, dann auch, dass wir wieder eine neue Fabrik aufbauen, wird es einfach einen Moment dauern, bis wir da an die Kernenergie rankommen. Die ist einfach ziemlich kompliziert. So, wir wollen eigentlich hier hin, ne? Da wollen wir ran. Und so eine Hasmat Suit. Da brauchen wir jetzt noch 50 Fabrik für. Die habe ich ja schon hier irgendwann mal rausgeholt. Die müssen da noch drin liegen. Und die Filter haben wir uns auch schon hergestellt. Die brauchen wir gar nicht mehr. Gar nicht mehr herzustellen. Okay, Hasmat Suit. 30 Schläge, 50 Gummi, 50 Plastik, 50 Aluminium-Schieds und 50 Fabrik. Das kann man sich relativ einfach merken. 50 von allem, was teuer ist. Bam! Hasmat Suit. Okay. Sie schützt dich aus den adversen Effekten der Radiation. Sie konsumt iodine-infused Filters von deinem Inventor, wenn du in radioaktiven Bereichen bist. Also funktioniert praktisch genauso wie so eine Atemschutzmaske. Ähm, sortier das mal. Ja, dann können wir leider das Jetpack nicht mehr tragen. Das ist traurig. Wir haben Filter. Zwölf Stück. Jetzt müssen wir das noch ausprobieren, ne? Hm. Oh, jetzt haben wir gelbe Beine. Ich glaube, die Schuhe sind die gleichen. Aber wir haben jetzt so einen gelben Anzug an. Mega. Gut. Dann fahren wir jetzt einfach mal dahin, wo es verseucht ist. Und gucken, was das bringt. Können wir jetzt dieses Zeug in die Hand nehmen? Können wir jetzt mit dem Uranerz hantieren? Wir werden sehen. So, hier soll es jetzt gleich schon anfangen zu strahlen. Ja. Radiation Level. Steigt. Ähm, okay. Wir sind ziemlich nah an den Speichern dran. Die ersten Speicher sind, glaube ich, fast leer. Okay. Filter ist eingesetzt. Ich nehme keinen Schaden. Der Filter geht langsam runter. Und je näher ich rangehe, desto schneller läuft es halt, ne? Hm. Können wir da ran? Also hier ist es schon mega verstrahlt. Hier wäre ich jetzt eigentlich fast schon tot, wahrscheinlich. Das heißt, das bringt auf jeden Fall mega viel. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich da so viel... Wir haben ja zwei volle, große Container so in etwa. Ja, die müssten sogar voll sein fast. Also richtig, richtig viel Material. Das strahlt natürlich auch entsprechend stark. Und wird wahrscheinlich auch ziemlich schwer zu entsorgen sein dann. Hm. Wir können mal das aufheben, was hier rumliegt. Da liegt ja noch so eine Kiste. Die muss auch weg. Das Zeug despaunt nicht. Das bleibt ewig liegen. Das heißt, wir müssen das wirklich irgendwann einsammeln. Oder es bleibt halt einfach liegen. Das wollen wir nicht. Ich glaube, hier kommt das irgendwo. Da liegt die Box. Die nehmen wir jetzt mal mit. So. Oh ja. Strahlt. Die... Ich nehme das jetzt einfach. Das ist ein Stack. Grab all. Wir haben das jetzt im Inventar. Ähm. Ja. Also die Filter gehen runter. Im Fahrzeug brauchen wir aber, glaube ich, keinen Filter. Das wurde ja gepatcht. Will ich Hitpoints? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir fahren jetzt jetzt mal zu unserem Speicher. Das ist jetzt alles nur so ein Test eigentlich. Aber wir können ja nebenbei so ein bisschen aufräumen. Es sieht so aus, als würde ich überhaupt keinen Schaden nehmen. Das ist gut. Es fiepst halt nur ziemlich laut. Macht mir so ein bisschen Angst. Aber ansonsten ist, glaube ich, alles gut. So. Steigen wir hier aus. Sobald ich aussteige, wird das dann wieder den Filter verbrennen. Genau. Jetzt tun wir das mal in den hinteren Container. Achso. Ich habe keinen Jetpack. Tun wir es im vorderen. Bam. Und. Dann hauen wir wieder ab. Gut. Ja. Also der ist voll, der hintere Container. Also der vordere Container ist voll. Der hintere, glaube ich, auch. Also wir haben sehr viel von dem Zeug hier rumliegen. Jetzt habe ich auf jeden Fall diese Hazmat-Suit. Oh, ich habe mich, glaube ich, selber umgefahren. Das kommt vor. Nichts Schlimmes. Ja. Und wir können jetzt in der Ecke hier das Gebäude bauen. Das ist schon mal gut. Da habe ich dann keinen Stress. Das braucht doch nur minimal Filter. Da habe ich zwar ziemlich viel Schaden genommen, aber das ist gar nicht tragisch hier, die Ecke. Das geht alles. Ja. Wir können leider das Jetpack nicht benutzen. Das heißt, früher oder später möchte ich auf jeden Fall dieses radioaktive Zeug da wegkriegen. Für einen Moment, glaube ich, lasse ich es da einfach liegen, weil wir bauen ja dann Atomkraftwerke irgendwann. Und sobald die stehen, können wir das dann einfach dahin transportieren. So ist jetzt mal mein Plan. Hm. Keine gute Idee, mit Uranerz zu spielen. Aber das wissen wir ja inzwischen. Nee. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Wir haben wieder super viel geschafft. Wir haben jetzt endlich diese Hazmat Suit und wir haben die Aluminium Sheet Production angeschmissen hier. Wir haben jede Menge weitere Produktionsstätten aufgebaut. Wir haben jetzt die Beams, die wir hier produziert werden. Wir haben Iron, nein, wir haben die Kupfer Ingots. Wir haben die Rods. Wir haben die Plates. Die Schrauben sind fast fertig. Wir haben eine zusätzliche Iron Ingot Produktion mit dem neuen Blueprint aus Kupfer und Eisen. Also wir haben richtig viele interessante Sachen am Start. Ganz viel, was wir vorher auch noch gar nicht probiert hatten. Zum Beispiel eben diese Compound Sachen aus Kupfer und Eisen. Wir können hier eigentlich so ziemlich alles aus Eisen herstellen. Wir brauchen Kupfer nur noch für ganz wenige Rezepte. Zum Beispiel eben dieses eine neue, diese Sheets. Die Aluminium Sheets. Ansonsten haben wir glaube ich nur, mir fällt jetzt gar nichts anderes ein, wofür wir Kupfer überhaupt brauchen, wenn ich jetzt so überlege. Da gibt es bestimmt noch irgendwas. Aber das sind wirklich nur ganz wenige Sachen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ganz wenige Kupferbarren und können entsprechend unsere Kupferressourcen, die ganzen Kupfervorkommen, nutzen, um daraus Eisenbarren herzustellen. Wir können aus einem Kupfererz und einem Eisenerz können wir drei Eisenbarren herstellen. Das ist natürlich viel cooler als ein Eisenbarren aus einem Eisenerz. Da müssen wir einfach gucken, dass wir das irgendwie so optimieren, dass wir aus den Ressourcen das Bestmögliche rausholen. Dann müssen wir nicht ganz so viele anzapfen. Wir haben natürlich jetzt dann bald hoffentlich die MK3 Miner. Das ist auch dann wieder so ein Schritt. Das wird aber noch ein Beierchen dauern, weil dafür brauchen wir die Motoren. Die Turbomotoren. Turbomotoren sind natürlich mega cool, aber die sind auch mega aufwendig. Die sind irgendwo hier unten. Turbomotor. Dafür brauchen wir nämlich Radio Control Units. Die sind auch ultra aufwendig, wie ihr seht. Da brauchen wir wieder so einen Manufacturer für. Und ja, jede Menge Ressourcen einfach. Wir brauchen zum Beispiel auch die Heatsinks, die wir noch nicht haben. Da gibt es noch ziemlich viel zu tun, bis wir die MK3 Miner haben. Aber dann sind die Ressourcenengpässe erstmal wieder vergessen für, ja, ein Weilchen zumindest. Okidoki, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's wieder gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.